Wir sind hier in Kölz auf dem Reiterhof Uhlemann und wir schauen uns die Pferde an. Welches ist wohl das schönste Pferd? Das ist Lord. Das ist Roni. Das ist Puri. Das ist Peggy. Das ist Noah. Also ich kann keinen Unterschied feststellen. Alle Pferde sehen schön aus, aber wie sieht es mit den Reiterinnen aus? Ich bin Liv. Mein Name ist Amy. Mein Name ist Lia. Mein Name ist Cleo. Mein Name ist Pia. Also ich kann wieder keinen Unterschied feststellen. Und wenn ich einen Unterschied feststellen würde, könnte ich mit der Katze fressen. Ich kann mich waden. Mit geht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020